So, hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Nioh. Ähm, Aufnahme läuft, ne? Ja, Aufnahme läuft, perfekt. Was soll ich sagen? Wir kriegen gerade so ein bisschen auf die Fresse. Es ist nur eine Aufnahme, deshalb... Oh, laufen. Heißt, es ist jetzt auch dieser eine Gegner durch das Neuladen wieder da ist, der vorher... Moment. Ach, komm. Was war das denn gerade? Äh, auch egal. Erstmal sollte ich auf das Schwert wechseln. Aber ich meine... Wobei, ne, hier dürfte jetzt, glaube ich, gleich noch einer auftauchen, oder? Ne, das tut er nicht mehr, okay. Wir haben einen bestimmten Gegner und es ist nicht einfach. Und daher zeige ich jetzt nochmal die Sequenz. Und zwar ist es... Ach, ne. Ach, ne, Quatsch. Ich meine, Sequenz ist Blödsinn. Ist, ist, äh... Boah, ich bin völlig raus gerade. Ich... Ach, ich mach da sogar drei Punkte? Ach, ne, das heißt eine Schlange pro Gegner? Oder ist es keine Schlange? Es ist ein Fuchs. Ach, stimmt. Da kommt noch der Onryoki zu. Den hatte ich komplett vergessen. So, erstmal hier... ...aufräumen. ...kacke, das tat weh. Oh, dieses... ...scheiß Unibi. So. Und weg, der explodiert gleich. Ach, ne, explodiert nicht. So, jetzt haben wir noch dich. So. Ich weiß, dass ein Treffer tot... äh, tödlich sein kann. Wo? Wo kommt denn der jetzt her? Der verdammte... Oh, lass mich weg. Puh. So, jetzt zu dir. Aua, das tat weh. Nein! Scheiße! Ein Fehler und dann gibt's jetzt... Also, man kriegt von denen echt schnell auch schon Outze von den Gegnern. Aber stimmt, wir hatten ja die Folge vorher schon den, äh, Dings, äh, eine, ein, zwei Folgen vorher den, äh, den Typen da platt gemacht, der echt problematisch hier war. Stimmt ja. Jetzt kann ich hier einfach an dem Skelett vorbeirennen, dass er gleich aufsteht. Und ich bewahre mir lieber meine ganzen Geschossangriffe für den, äh, Onryoki auf. Boah, ich hasse die Viecher. Was, der explodiert? Schon. Hoppla, falsche Taste. So. Der explodiert wieder. Da ist der Dicke. Boah, es ist echt praktisch, dass ich diese... Kann ich mal aufhören, die ganze Zeit denselben Move zu machen? Boah, der hat mich ja trotzdem gut erwischt grad. Wieso komm ich hier so schlecht weg, verdammt? Das ist doch nicht wahr. Aber diese verdammten Oniwi können einen echt auch richtig aus dem Konzept bringen. So. Jetzt sicherstellen. Ich hab die Heil-Items ausgerüstet. Perfekt. Und ich sollte einfach die beliebte Waffe anschmeißen, seh' ich grade. Das tu' mich bloß in Ruhe. Ich krieg' das auf jeden Fall hin. Irgendwie. Erst Oniwi platt machen, danach... Auf die Fresse geben. Was zum... Scheiße! Wie ist das denn passiert? Kacke. Und schon wieder ein Riesenhaufen Amrita verloren. Einfach den Radmönch ignorieren. Einfach den Radmönch ignorieren. Um Kurven kommt er eh nicht so gut. Gut, jetzt ohne auf irgendwas achten zu müssen. Nun zu dir. Natürlich, jetzt direkt noch einer. Nicht schnell genug. Oh, jetzt ist der Dicke direkt aufgetaucht. Ich bin sowas von tot. Okay, das war grad etwas... Ich lebe noch. Boah, die machen aber auch einen Schaden, die verdammten Gegner. Ich muss den jetzt erstmal erledigen. So, jetzt zu dir. Oh, ich muss hier. Die verdammten Oni-Beam nerven viel zu sehr. Boah, dass jetzt dieses Drecksvieh dazwischen fliegt. So, toll. Jetzt habe ich erstmal den verdammten Wind-Debuff. Und dass der ja auch überall diese scheiß Felder verteilt. So. Für beliebte Waffe habe ich gerade nicht genug, aber ich habe noch das. Boah, da ist noch einer. Wie lächerlich ist das denn jetzt gerade? Ich bin so gut wie tot. So gut, Oni-Beam ist durchgeflogen. Na toll, da bin ich jetzt nicht mehr rechtzeitig weggekommen. Ich hasse es. Das ist aber auch so ätzend, dass die ganze Zeit Gegner nacheinander spawnen. Du musst eigentlich immer eine Welle vor der anderen platt machen. Aber diese Oni-Beam, die ruinieren einem das dauernd. Okay, Memo an mich. Kann ich erstmal mir die Flugschwerter draufhauen und direkt auf meinen Teil zulaufen. Also auf meine Beute. Ach, falsche Taste, ich Idiot. Was, der explodierte schon? So, zu dir. Explodiert der? Jo, er explodiert. Okay, ich habe beliebte Waffe. Jetzt wird es witzig. Okay. Okay. Boah, wie viele von den Viechern können denn noch spawnen? Lass mich bloß hier weg. So. Du bist so gut wie tot. Lass dich jetzt endlich brav umnieten. Geschafft. Sonst noch wer? Ne, das war's. Boah, kacke war das hart. Liegt hier sonst noch irgendwo was? Nö. Ich weiß nicht direkt, worum es da gerade ging. Ich weiß nicht direkt, worum es da gerade ging. Aber ja, wir haben's geschafft. Huh. Anstrengend war's. Wir wissen deine heldenhaften Bemühungen zu schätzen. Ich habe dem Mann von seiner Mutter berichtet. Es scheint grausam, aber man muss die Folgen seiner Taten akzeptieren. Wenn es etwas zu bedauern gibt, dann ist es... Äh, das ist... Nochmal, dass er zu so einem Menschen geworden ist. Was haben wir gekriegt? Hm. Okay. Das heißt, jetzt gibt's hier noch... Moment, gab's hier nicht sogar im Dojo noch ein paar Sachen? Nix, was ich machen könnte. Okay. Dann geht's jetzt mit den Hauptmissionen schon weiter. Samurai aus Sawayama. Also. Obwohl, ich sollte vielleicht vorher mal kurz zum Waffenschmied gehen, einfach um den Text abzugeben. Tensilien. Ach, jetzt kann ich Dajon Jinsake selber machen, klar. Raben Tengu Toko. Man kann aus den Klauen der Menschenfresserin Kerzen machen. Warum? Naja. Ist jetzt gerade auch nicht so weiter wichtig. Wir gehen weiter zur nächsten Hauptmissionen. Samurai aus Sawayama. Die Überbleibsel von Ishida Mitsunaris Armee haben sich in die Burg Sawayama zurückgezogen und wehren sich erbittert. Sie sind jedoch nicht das einzige Problem, mit dem Meister Kobayakawa und ich zu tun haben. Tief unter dem Berg sind auch noch Dämonen aufgetaucht. Unsere Männer sind überzeugt, dass Ishidas Zorn sie antreibt und ihre Moral leidet darunter. Sir Anjin, kann ich dich darum bitten, dich um diese Kreaturen zu kümmern? Natürlich. Rotor Dämon. Die Burg Sawayama liegt an den Ufern des Sees Biwa in der Provinz Omi. Nachdem Ishida Mitsunari sie für sich selbst instand gesetzt hatte, wurde sie schnell bekannt und ihre Pracht... äh, nur bekannt für ihre Pracht, Entschuldigung. So sehr, dass sie bald als eines der zwei Dinge galt, die zu gut für ihn waren. Das andere war Shima Sarkon. Nun hat sie ihren wunderschönen zentralen Burgfried ebenso wie ihren Burgherrn verloren. Das Ende ihrer Zeit ist nahe. Keine Sequenz? Aber September 1600. So viel... So genau muss man sein. September 1600. So. Reicht nicht für einen Stufenaufstieg. Ach ja, Wechsel auf die Axt. Aber da eigentlich irgendwelche besonderen Moves... Wow! Ich wusste gar nicht, dass das geht. Muss von der anderen Seite geöffnet werden. Ach du Heiliger, wir haben hier direkt Omi. Der Move ist schon hart. Nach Schluss, Naomasa ist ja quasi mit mir auf dem Weg gewesen. Der ist jetzt... Irgendwas blubbert hier. Da ist ein verdammter Radmönch. Ich hasse Radmönche. Wirkt auf jeden Fall interessant. Das sind also wieder die Überblapsel von irgendeiner alten Burg. Ah, da ist eine Falle. Komm mal her. Ich wollte gerade sagen. Die Platte sieht ja wohl wirklich jeder. Irgendwo hier sollte ein Kodama sein. Wahrscheinlich die Treppe hoch. Aber ich sehe mich erstmal weiter hier unten um. Okay, hier ist ein großer Raum. Gibt es hier noch irgendwo was? Eine versteckte Tür und da ist ein verdammter Radmönch. Ich gehe erstmal durch die Tür. Scheint verschlossen zu sein. Ist ja super. Interessant, was ich alles kaputt hauen kann und was nicht. Oh, der bemerkt uns nicht. Aufe Fresse! Komm mal her. So, der ist erledigt. So muss das. Die Axt hat was. Und da ist wieder dieses Etwas. Hier ist auf jeden Fall Schaden angerichtet worden, aber die Frage ist, warum? Na, komm. Wow. So, bevor du explodierst, bist du hin. Ähm, Moment. Das Vieh kam von hier. Dann wird es ja irgendwas hier geben. Also, außer ein kleines bisschen Geld. Ach, hier geht es auch noch runter. Da hängt doch was an der Decke. Soll ich das nicht bemerke. Was zum... Was war das denn? Muss von der anderen Seite geöffnet werden. Wurde, ist alles hier wieder irgendwie komisch verbunden? Ich mag den Ort nicht. Und immer an die Decken schauen. Kommt man zu denen rein. Hm. Wahrscheinlich ja. Erstmal kurz schauen, was es hier sonst noch gibt. Muss von der anderen Seite geöffnet werden. Ist ja mal wieder klar. Verschlossen. Ja, super. Ich komme zu euch noch. Übermerkt mich. Aber ihr könnt nicht zu mir... Nee, okay. Also augenscheinlich kommt man hier noch gar nicht weiter. Es ist ein seltsamer Ort. So, hier geht es hoch. Aber hier ging es ja auch nochmal. In einen Raum, in dem es zum Beispiel wieder einen verdammten Amrita-Fanatiker gibt. Ach, da kommt verdammte Oni, wie? Was zum... Was war das denn? Da ist ein Loch im Boden. Wo soll ich das denn wissen? Na gut, ist ein guter Punkt für den Schnitt. Dann hoffe ich einfach, dass ihr trotzdem Spaß am Let's Play hattet. Auch wenn das ein ziemlich erbärmlicher Abgang fürs Ende war. Also, ich hoffe, ihr habt Spaß. Das konstruktive Kritik. Da vielleicht ein Däumchen nach oben. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder ist Let's Play Neo. Übe ein bisschen weiter mit der Axt. Bis dahin. Cheerio. Und wir können es noch tieное演urt po nome. Wir sehen uns beim B däumchen! Wir sehen uns gegen B. Däumchen. Wir sehen uns an beide H swimmen. Wenn wir auch nicht bei B Däumchen. Wir sehen uns an.